Die Gestaltung der Bischofsgrablege in der Rottenburger Sülchenkirche wird mit dem Deutschen Architekturpreis 2019 ausgezeichnet. Die Preisverleihung findet am kommenden Donnerstag in Berlin statt. Bei einer Kirchenführung wurde die Grablege schon jetzt genauer vorgestellt. Die Sülchenkirche in Rottenburg. Seit dem späten 15. Jahrhundert dient sie als Friedhofskirche. Doch ihre Geschichte beginnt bereits früher. Die Kirche besaß bereits drei Vorgängerbauten, von denen der Älteste aus dem 7. Jahrhundert stammt. Im Zusammenhang mit der geplanten Sanierung der alten Bischofskruft ist man eben auf diese besagten drei Vorgängerbauten gestoßen und auf 300 historische Bestattungen. Und alleine 80 von diesen historischen Bestattungen reichen auch wieder zurück bis ins frühe Mittelalter. Diese Grablegen aus dem frühen Mittelalter, die sind sehr reich ausgestattet gewesen mit Grabbeigaben und unter anderem Radkreuzen, die eben belegen, dass das Christentum hier seit dieser Zeit Einzug erhalten hat. Anstatt die Grabbeigaben ins Stadtarchiv zu bringen, haben die Verantwortlichen der Diözese einen Museumsbereich eingerichtet. Dort können die Beigaben von der Öffentlichkeit betrachtet und bestaunt werden. Ein Stockwerk tiefer befindet sich der Andachtsraum. Hier wurden 28 Bischofs Grabkammern in Wände aus Stampflehm gebaut. Ja, der Andachtsraum, in dem wir uns jetzt gerade befinden, der ist ja sehr schlicht gehalten, sehr reduziert. Man möchte sich an ein Grab, an ein Eintauchen, in ein offenes Grab erinnern, dieser Stampflehm. Die Erde, der Mensch kommt aus der Erde, geht zur Erde zurück. Das soll also hier ausgedrückt werden. Die Entscheidung, genau 28 Grabkammern zu bauen, wurde nicht zufällig getroffen und verfolgt ein ganz bestimmtes Muster. Vier Reihen mit jeweils sieben Grabkammern, auf jeder Seite zweimal sieben, gibt diese 28. Und diese sieben waren wichtig, weil sieben ist eine heilige Zahl. Und diese heilige Zahl, sieben, hat auch was mit zu tun mit Verbindung zwischen Mensch und Gott. Der Andachtsraum sowie der Museumsbereich wurden nun vom Deutschen Architekturpreis 2019 ausgezeichnet. Für die Auszeichnung erhält die Diözese 2000 Euro, die laut Diözesankonservatorin Melanie Prange vermutlich der Kirche zugutekommen wird. Also den Preis, den gibt es seit 1971. Er wird alle zwei Jahre ausgelobt. Zuständig ist das Innenministerium. Und er wird jetzt am Donnerstag verliehen. Es gibt eine Hauptauszeichnung, im Prinzip den Preis und dann eben die Würdigung. Und die Sülchenkirche erhält eine Würdigung. Diese Würdigung dürfe laut Prange nicht als zweitrangig angesehen werden. Durch die Auszeichnung stehe die Sülchenkirche nun auf einer Ebene mit der Museumsinsel in Berlin, die ebenfalls eine solche Würdigung erhielt. Wer einmal selbst die Bischofsgrablege und den Museumsbereich besichtigen möchte, kann der Kirche immer zu den regulären Öffnungszeiten einen Besuch abstatten.